Sie hören The Last Firewall von William Hörtling. Während der letzten zehn Jahre haben wir eine Explosion des technischen Fortschritts erlebt. Eine solche Flut an Erfindungen, dass sie die letzten 100 Jahre im Vergleich dazu fast belanglos erscheinen lässt. KIs denken schneller, sagen zukünftige Ereignisse präziser voraus und sind kreativer bei der Entwicklung neuer Ideen. Ihre Intelligenz wächst nach wie vor exponentiell.